Ich ging in den Schreibwarenladen. Niemand schreibt mir Briefe. Ich dachte, es wäre schön. E-Mail kann so unpersönlich sein. Haben Sie daran gedacht, meine Show aufzunehmen? Ich denke, ja. Falls nicht, können wir sie morgen online sehen. Das ist eine Erleichterung. Funktioniert dein Handy hier draußen? Ich habe keine Balken. Ich auch nicht. Wie sollen wir einen Mechaniker anrufen? Ich will einen Cowboyhut kaufen. Aber sie sind kein Cowboy. Das ist egal. Haben sie keine Angst, albern auszusehen? Die Berge sind schön. Vielen Dank, dass Sie mich mitgenommen haben auf diese Reise. Sie brauchten eine Pause vom Büro. Ich sollte öfter rauskommen. Ist das Wasser trinkbar? Wir haben einen Filter im Gebäude. Dann werde ich meine Flasche auffüllen. Machen Sie das. Wie viele Äpfel brauchen wir für den Kuchen? Ein Dutzend oder so. Ich glaube nicht, dass wir genug haben. Ich kann zum Markt laufen. Lassen Sie uns mit dem Riesenrad fahren. Es ist furchtbar hoch. Sind Sie nicht schwindelfrei? Es sieht schlecht gewartet aus. Ich habe eine Basilikumpflanze in meinem Zimmer. Ist Basilikum nicht eine Pflanze für draußen? Sie macht sich ziemlich gut. Wir sollten damit mal Pesto machen. Ich suche nach einem roten Pullover für meine Freundin. Ist es für Ihren Geburtstag? Nur einfach so. Das ist sehr lieb von dir. Ich gehe an den Strand. Bringen Sie Sonnencreme mit. Das werde ich auf keinen Fall vergessen. Holen Sie sich keinen Sonnenbrand. Hallo? Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Danke. Und Ihnen? Sehr gut. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Bis zum nächsten Mal. Hallo Gianni. Wie geht es Ihnen? Oh, hallo Paolo. Alles gut? Ja, danke. Und bei dir? Ja, alles ist super. Es tut mir leid, aber ich muss gehen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Auf Wiedersehen. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Ein Bier, bitte. Für mich einen Kaffee. Weißwein. Eine Orangenlimo. Eine Coca-Cola. Ein Bier, ein Kaffee, ein Weißwein und Orangenlimonade und eine Coca-Cola. Sehr gut. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen? Einen Kaffee, bitte. Mit Milch und Zucker? Nur Zucker, bitte. Hier, bitte. Danke. Hallo, Lucia. Wie geht es dir? Nicht schlecht. Danke. Und dir? Heute so lala. Morgen habe ich eine Mathematikprüfung mit Professor Perfetti. Ist er ein strenger Professor? Ja, sehr. Hallo, Paolo. Wie geht es dir? Ja. Hallo, mein Name ist Paolo. Es freut mich, sie zu treffen. Die Freude ist ganz meinerseits. Woher kommen Sie, Jane? Jane ist eine Studentin hier in Mailand. Ich bin auch ein Studentin hier in Mailand. Ich bin auch ein Studentin hier in Mailand. Es tut mir leid, Paolo. Ich muss gehen. Bis morgen. Hallo, Massimo. Hallo, Massimo. Wie geht es dir? Nicht schlecht. Und dir? Geht schon. Wie viele Mitbewohner hast du in diesem Jahr? Ich habe nur eine Mitbewohnerin. Ich habe nur eine Mitbewohnerin. Wie ist ihr Name? Ihr Name ist Claudia. Ich habe nur eine Mitbewohnerin. Woher ist sie? Sie ist aus Rom. Wie ist sie so? Ist sie nett? Ja, sie ist sehr nett. Ist sie hübsch? Sie ist auch hübsch. Ist sie groß? Welche Farbe haben ihre Augen? Ihre Augen sind grün. Welche Haarfarbe hat sie? Ihr Haar ist blond. Ist sie eine gute Schülerin? Ja, sie ist eine gute Schülerin. Wie viele Sprachen spricht sie? Sie spricht vier Sprachen. Ich möchte sie treffen. Kannst du zu einer Party morgen kommen? Ja, ich kann morgen zu einer Party kommen. Sie wird da sein. Wirst du uns vorstellen? Ja, ich werde es sie vorstellen. Mögen sie das? Ja. Mögen sie dies? Ja. Sie mögen alles? Sie mögen alles? Nein, nicht alles. Sind sie bereit? Ja. Lassen sie uns dort rüber gehen. Wohin? Dorthin. Sehen sie es? Ich sehe es. Lassen sie uns gehen. Wie ist ihr Name? Ich bin 23 Jahre alt. Mein Name ist Anna. Wie alt sind sie? Ich bin 23 Jahre alt. Wo wohnen sie? Wird es morgen ein schöner Tag? Nein, es soll regnen. Dann bleiben wir zu Hause. Hört sich gut an. Wir können fernsehen. Und Pizza bestellen. Wir können fernsehen. Ich bin froh, dass du sie magst. Was ist drin? Eier und Käse. Eier und Käse. Welche Art von Käse? Schweizer Käse. Lassen sie uns ins Kino gehen. Ja, lass uns einen Actionfilm gucken. Ich mag keine Waffen. Ein romantischer Film dann? Ja, und wir werden Popcorn essen. Ich mag Popcorn. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie frei? Ja. Zum Europa-Hotel in der Berliner Straße, bitte. Kein Problem. So, wir sind da. Wie viel macht das? 13 Euro. 13 Euro. Hier, bitte. Danke. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was würden Sie gerne essen? Wie wäre es mit Nudeln? Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe viele gute Ideen. Ich will sie alle hören. Es ist heute sehr heiß. Gestern war es noch heißer. Ich hoffe, morgen wird es kühler. Morgen wird es regnen. Regen wird alles abkühlen. Ja, Regen ist auch gut für die Blumen. Das ist mein neues Auto. Es sieht schnell aus. Es ist schnell. Wie schnell kann es fahren? 200 Kilometer in der Stunde. Das ist sehr schnell. Dieser Berg ist sehr hoch. Lassen Sie uns darauf klettern. Nein, lassen Sie uns zum Mittag essen. Sie sind faul. Sie sind verrückt. Ich habe Angst. Ich habe Angst auszurutschen. Ich bin froh, wenn das hier vorbei ist. Es wird bald vorbei sein. Es wird bald vorbei sein. Wenn Sie sich schütteln. Wollen Sie einen Pullover? Haben Sie einen? Ja, hier, bitte! Ah, der ist warm. Wollen Sie einen? Danke. Bitte. Mögen Sie Romane? Nein, ich mag Filme. Was ist Ihr Lieblingsfilm? Star Wars. Das ist ein dummer Film. Ja, ist er. Spielen Sie Baseball? Nein, ich spiele Fußball. Fußball ist ein rauer Sport. Baseball ist zu langsam. Fußball ist zu rau. Wir mögen verschiedene Sportarten. Haben Sie meine Katze gesehen? Ich sah sie gestern. Haben Sie sie heute gesehen? Nein, ich habe meine Katze verloren. Da ist sie. Unter dem Stuhl. Was hast du gestern gemacht? Ich war beim Friseur. Was haben Sie vor zwei Tagen gemacht? Ich hatte eine Maniküre. Sie sind sehr gepflegt. Das ist wichtig. Der Hund bellt. Er ist hungrig. Er ist hungrig. Geben Sie ihm etwas zu essen. Ich gab ihm bereits etwas zu essen. Frisst er viel? Er frisst die ganze Zeit. Er frisst die ganze Zeit. Sie sind sehr energiegeladen. Ich trainiere viel. Joggen Sie? Ja, ich jogge. Heben Sie Gewichte? Ja, ich hebe Gewichte. Ich glaube, es wird regnen. Ich denke, es wird schneien. Wollen Sie wetten? Ja, ich werde fünf Dollar wetten. Einverstanden. Die Sonne ist weg. Ich sehe Blitze. Ich rieche Regen. Ich höre Donner. Ein Sturm kommt. Lassen Sie uns reingehen. Das ist ein teures Auto. Es ist hässlich. Ich finde es schön. Ich finde es schön. Ich bin auch teuer. Ich bin auch teuer. Wie viel wiegen Sie? Sie? Sage ich Ihnen nicht. Sage ich Ihnen nicht. Warum nicht? Warum nicht? Weil ich schüchtern bin. das ist eine große Pflanze. Das ist eine große Pflanze. Sie sind lustig. Eine grüne? Sie sind lustig. Sie sind lustig. Kellner? Ja, Sir? Kann ich die Rechnung haben, bitte? Ja, sofort. Das ist teuer. Ich werde die Hälfte zahlen. Sie sind lustig. Er ist laut. Er ist laut. Er ist langweilig. Er riecht schlecht. Er riecht schlecht. Er ist geil. Lass uns von ihm weggehen. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Blau Warum blau? Weil es die Farbe des Himmels ist. Lassen Sie uns in Urlaub fahren. Ja, lassen Sie uns nach Hawaii fahren. Hawaii ist zu weit. Ja, lassen Sie uns nach Italien fahren. Mögen Sie Eiscreme? Ich liebe Eis. Was ist Ihre Lieblingssorte? Schokolade Ich mag Vanille am liebsten. Ich sehe Du siehst Er sieht Sie sieht Wir sehen Sie sehen Ich kaufte mir ein neues Fahrrad. Gut für sie Es ist grün War es teuer? 2000 Dollar Der Stuhl ist kaputt Wollen Sie Wollen Sie Einen Anderen Ja, bitte Es tut mir leid Wegen der Unannehmlichkeiten Ich möchte Ich möchte Einen Tisch Für zwei Bitte Um welche Uhrzeit? Um Acht Uhr Ich habe Ich habe Einen Für Neun Uhr Ich habe Das ist okay Womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt? Ich bin Student Was studieren Sie? Ich studiere Wirtschaft Das ist interessant Ich will reich sein Ich auch Wie werden wir reich? Harte Arbeit Ich mag keine harte Arbeit Dann wirst du nie reich Ich würde gerne nach Spanien fahren Ich werde Was werden Sie in Spanien tun? Ich werde am Strand sitzen schlafen werden Sie Wein trinken? Ja Und ich werde viel schlafen Schlaf ist sehr wichtig Harte Arbeit 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 ist sehr wichtig damit Sie arbeiten können. Dieses Insekt ist sehr laut. Hält es Sie wach? Können Sie das Insekt töten? Ich werde es versuchen. Ich kann bei diesem Lärm nicht schlafen. Ein Insekt hat Flügel. Ein Vogel hat Flügel. Ein Flugzeug hat Flügel. Ein Engel hat Flügel. Ein Dichter hat Flügel. Meine Stiefel sind nass. Zieh sie aus. Meine Socken sind nass. Trockne deine Socken. Meine Füße sind nass. Kommen Sie her und setzen Sie sich ans Feuer. Das Feuer ist warm. Es wird Ihre Füße trocknen. Schwimmen Sie gerne? Ja, ich schwimme jeden Tag. Das ist sehr gesund. Gute Gesundheit ist sehr wichtig. Was für ein schöner Ring. Danke. Er war sehr teuer. Sie sollten nicht über den Preis reden. Warum nicht? Weil es unhöflich ist. Das Licht blinkt. Das Licht ist grün. Das Licht ist gelb. Das Licht ist aus. Das Licht ist an. Ich kann nichts sehen. Schalten Sie das Licht an. Wo ist der Schalter? Auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite. Ich habe ihn gefunden. Drücken Sie drauf. Sie gähnen viel. Ich bin müde. Warum sind Sie müde? Ich war bis spät in die Nacht wach. Sie sollten mehr schlafen. Ich würde gern zum Mond fliegen. Sie bräuchten ein Raumschiff. Kann ich ein Raumschiff kaufen? Ein Raumschiff ist sehr teuer. Ich möchte ein Auto kaufen. Natürlich, Sir. Hier entlang, bitte. Ich möchte. Haben Sie gebrauchte Autos? Ja, wir haben eine große Auswahl. Lassen Sie uns zu einem Nachtclub gehen. Wir werden in die Innenstadt gehen. Wir werden ein Taxi nehmen. Wo finden wir eins? Es gibt viele auf den Straßen. Spielen Sie Tennis? Ja, möchten Sie mit mir irgendwann spielen? Ja, wie wäre es am nächsten Donnerstag? Ich kann nicht. Mein Auto wird repariert. Ich könnte sie abholen. Das wäre großartig. Wo würden Sie gerne heute Abend essen gehen? Ist mir egal. Lassen Sie uns chinesisch essen. Nein, ich hasse chinesisches Essen. Ich dachte, es wäre Ihnen egal. Ich habe meine Meinung geändert. Was für ein schönes Mädchen! Sie ist meine Nichte. Sie ist meine Nichte. Ich glaube dir nicht. Warum nicht? Sie sieht zu gut aus, um mit dir verwandt zu sein. Sie wissen nichts über Genetik. Ich liebe Mathematik. Ich liebe Mathematik. Mathe ist langweilig. Sie sind langweilig. Ja, genau wie Mathematik. Ja, genau wie Mathematik. Zumindest bin ich nicht langweilig. Sie sind langweilig. Sie sind nervig. Mein Zahn tut weh. Sie sind langweilig. Gehen Sie zum Zahnarzt. Ich hasse es, zum Zahnarzt zu gehen. Ich liebe es, zum Zahnarzt zu gehen. Warum? Mein Zahnarzt ist sehr hübsch. Ich kaufte mir einen neuen Computer. Welche Art? Mac oder PC? Ich habe mir einen Mac gekauft. Warum? Ich mag die Farbe. Ich habe eine Fledermaus gesehen. Eine Vampirfledermaus? Es hätte eine Vampirfledermaus sein können. Hatte sie Reißzähne? Ja, und einen Umhang. Happy Halloween! Was für ein schöner Morgen! Haben Sie gut geschlafen? Ja, danke! Möchten Sie etwas zum Frühstück? Nicht sofort! Nicht sofort! Danke! Joggen Sie? Ja, jeden Tag! Wir sollten irgendwann zusammen joggen. Sie sind zu schnell für mich. Ich werde langsam machen für Sie. Dann werde ich mit Ihnen joggen. Wo wohnen Sie? Ich lebe in Kanada. Wie lange bleiben Sie in Deutschland? Ich bin sicher, dass ich Heimweh kriege. Was für ein schöner Sonnenuntergang! Ich bin froh, dass wir hierher gekommen sind. Ja, lass uns jedes Jahr hierher kommen. Können wir uns das leisten? Ich werde härter arbeiten. Du bist der Beste! Es ist heiß! Ziehen Sie etwas aus! Ich bin schüchtern! Seien Sie mutig! Aber die Leute werden mich sehen! Niemand kann Sie hier oben sehen! Es ist warm genug, um draußen zu schlafen. Es gibt zu viele Mücken. Es gibt zu viele Mücken. Ich habe ein gutes Zelt. Was ist mit Schlangen? Es gibt hier keine Schlangen. Es gibt hier keine Schlangen. Es gibt hier eine Schlange. Es gibt hier nur mit Schlangen. Es gibt hier eine Schlange. Es gibt auch mit Schlangen. Was kosten die Karten? 20 Euro Hier, bitte Danke Genießen Sie die Show Was für ein schöner Tag Ja, der Schnee ist sehr gut Fahren Sie hier oft Ski? Ich fahre hier jedes Wochenende Ski Haben Sie eine Saisonkarte? Nein, ich kaufe nur Tageskarten Was für ein spannendes Rennen Hat Ihr Pferd gewonnen? Ja Herzlichen Glückwunsch Jetzt werde ich Poker spielen Sie werden Geld verlieren beim Pokern Nun, mal gewinnt man, mal verliert man Dieser Drink ist lecker Was ist drin? Ananassaft, Wodka und Champagner Es klingt lecker Warum nehmen Sie nicht auch einen? Ich glaube, das werde ich Kellner Was für eine schöne Malerei Ja, es ist von einem lokalen Künstler Ja, es ist von einem lokalen Künstler Wie ist sein Name? Ich habe seinen Namen vergessen Ich habe seinen Namen vergessen Ist er berühmt? Natürlich nicht Ich kann mich nicht einmal an seinen Namen erinnern Ist das Wasser kalt heute? Es hat die gleiche Temperatur Wie gestern Und welche Temperatur ist das? Die gleiche Temperatur Wie vor zwei Tagen Sie helfen mir überhaupt nicht weiter Sie sind sehr scharfsinnig Hallo, darf ich Ihre Bestellung aufnehmen? Ich nehme das Steak Wie möchten Sie es? Rare Eine gebackene Kartoffel oder Gemüse dazu Die Kartoffel bitte Was halten Sie davon? Ich glaube, es ist wunderbar Ich bin froh, das zu hören Es wird eine große Party Es wird eine große Party Heute Abend Wo wird sie stattfinden? Ich bin gerade nicht sicher Okay, dann rufe ich dich später an Es ist Zeit, etwas zu essen kaufen zu gehen Findest du? Wir haben nichts im Haus Wir haben nichts im Haus Ich bin froh, das zu hören Ich bin froh, das zu hören Und vergiss die Milch nicht Was für eine Milch? Was für eine Milch? Was für eine Milch? Was für eine Milch? Normale Was ist Ihre Lieblingsjahreszeit? Der Frühling ist meine erste Wahl Frische Luft und gute Sonne Sie verstehen mich perfekt Was machen wir in diesem Sommer? Wir können zu deinen Eltern fahren Wohin? Ans Meer oder in die Berge Ich würde gerne ans Meer fahren Was machen wir in diesem Sommer und dann versuchen wir in diesem Sommer Geist Die Begut 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 Ich Begut 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 Untertitelung des ZDF, 2020